Sie wissen es ja nicht und du wirst es ihnen kaum sagen. Für ein freies Friesland stehen. Edo Wimken. Heute war dein Tag, Genotombroke. Du hast ihn nicht genutzt. Meiner wird kommen. Sire, Simon von Utrecht, Sire, Ratsherr aus Hamburg. Ich habe mich seit längerem um eine Audienz bei eurer Majestät bemüht. Wir hören, die Westsee wimmelt nur so von Italienbrüdern. Ich möchte euch, Sire, zum Bau dieses Schiffes gratulieren. Und untertäne ich Fragen, ob eure Majestät zur Finanzierung dieses Wunders 3000 Nobel von ehrbaren Kaufleuten aus Hamburg und Lübeck annehmen würde. So recht beklagt ihr, Sire, die schlimmste Geißel unserer Zeit. Piraterie. Ob englische Piraten Hanseschiffe kapern, ob deutsche eure Kauffahrer aufbringen. Eine Pest sind sie alle. An welche Art von Sicherheiten hattet ihr gedacht? Nur an die Zollrechte von Englands Wollausfuhren. Von welchen Häfen? Von allen. 15. Sagen wir sieben. 3000 Nobel sind eine enorme Summe. England führt enorme Mengen Wolle aus. 13. 9. Du hast die Irse nicht gefragt, ob sie mitkommen möchte. Hm. Du hättest mich doch sofort verraten. Ha! Du hast die Irse nicht gefragt, ob sie mitkommen möchtet. Du hast die Irse nicht gefragt, ob sie mitkommen möchtet. Du hast die Irse nicht gefragt, ob sie mitkommen möchtet. Du hast die Irse nicht gefragt, ob sie mitkommen möchtet. Du hast die Irse nicht gefragt, ob sie mitkommen möchtet. Du hast die Irse nicht gefragt, ob sie mitkommen möchtet. Untertitelung des ZDF, 2020